Warum stürmen die nicht? Ich fäll jetzt so lange hier den halben Baum Wald weg, bis ich meine AK gefunden habe Ach scheiße, ich will sowieso keine haben Ich will eine MP5, aber die sind die Teile so schwer zu filmen Sven, schon was gefangen? Nein Ich fängst Fanky Fankst du glaub ich auch nicht Ich komm leider nicht mehr zu dir Ach nein Ach Timo Bist du gestorben oder was? Ja Nein Ich hab viermal auf die Military Zombies eingekackt Die sind nicht gestorben Ähm, ok Also Sven, ich seh hier keine Fische drinnen Mein ganzes schönes Zeug ist weg, na toll Ah, Daisy Daisy Egal, AK ist weg Ich bleib hier in der Stadt In dem Dorf oder was auch immer Das ist für die Götter Der Ennis schmeißt die Arme in der Hand und kommt mit der Axt raus getaucht Schön, dass ich das aufgenommen hab grad Special Special Fishing Forces Mast du grad ne Aufnahme? Ja Basti, soll ich dir was sagen? Ähm, ok Basti, soll ich dir was sagen? Ja, was denn? Die ist noch ein bisschen eine Legende als du, soll ich dir sagen warum? Ok, lass uns rein Die tragen scheiß Helme Ich hab auch nen Helm Ja, du trägst keinen Helm Wegen dein Gucci-Outfit Ja, gut, ich hab mich umentschieden Ich hab einen Military Green Ballistic Helmet Badly Damaged Das ist die Stromleitung von Berensino Richtung Genau Ja, das muss das auch ansehen Der Fall der Gesellschaft Alter, du siehst so echt krass aus mit diesem ganzen Outfit, hey Also ich bin jetzt auch badly damaged Weil das ist mein Fishing-Hoot Ich hab echt Glück beim Fishing Du bist tot Also Badly Badlier Damage gibt's gar nicht Hat man gesehen Hat man gesehen Ja Dann hätte ich den wahrscheinlich auch aufziehen sollen Oder wie? Sven Also wenn Falls Falls ihr mich sucht Ja Ich bin derjenige, der mit ner Axt geduckt hier rumlauft Äh, wartet der mal kurz, ich bin mal kurz auf dem Klo Wartet bitte mal kurz Ne rote Jacke trägt, ja Und ne beige Hose Also Ich bin ne Frau Das ist modig auf jeden Fall Unter aller Kanone Guck mal, guck mal Ich bin ne Frau Guck mal Das ist auch modig unter aller Kanone Ba ba baam Oh da unten ist schon mal ne Stadt Mal gucken was da ist Guck mal F10 bitte Wer, wer soll F10 drücken? Mann Der Achso Wegen der, ja Wegen der netten Geste Oh Gott Warum bin ich ne japanische Warum bin ich ne japanische Warum bin ich ne asiatische Frau jetzt? Ähm Fick dich Delfin Fick dich Delfin Fick dich Delfin Fick dich Wal Kann ich richtig? Kannst du Deutsch? Bittesch erschießt wieder Ich will nicht so wieder sterben Komm schon Sag eine Bambi Ey 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 Nimm die aus Fick dich Die läuft arm ob hier Wie erkenne ich den Spielernamen? Gar nicht Na toll Doch kannst du Wenn du in der Nähe bist Hör auf Hör auf Check Pulse wenn du in der Nähe bist Please don't shoot at me Oh oder Deutsch Bitte schießt ihn auf mich Ja Boxen? Bist du wahnsinnig? Ich will auch geboxt werden Oh tschließt Schimmel Please don't fist me Don't fist me Bleib mal da stehen Guck mal und bleibt mal da stehen Hallo Bleib mal da stehen beide Noch ein bisschen weiter Oh ja ich fang ihn Ich fang ihn Ich fang ihn Ja 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 Wuff 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 You have a nice Hut Hat 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 You have Ich weiß was es hat ist Okay Tötet den Fackelträger Hier ist du hast du auch eine Hier hast du auch eine Hier hast du auch eine Und ich bin Asiatin Ich kann Ich kann Sacki Sacki machen Ich bin ein schlechter Wolf Ich kann Sacki Sacki Ich kann I go on my knees You open your pants And I make Sacki Sacki Hahahaha Ja Ja Come here Der selber faktisch ist ohne Ende I make Sacki Sacki Kennst du das grad er vor mir rumläuft? Nein Du bist das vor mir oder? Nein ich bin's wirklich nicht Ich bin mehr Zoom Ich bin's nicht wirklich Aar apologies dass ihr wisst was bei uns los ist zu hat mich bewusstlos geschlagen habe ich ausgezogen wo ist die von sven wo ist denn die die sven hatte ist die schon aus ich kann nicht mehr ich will ich lass uns dahin renne nein wir machen Suki Suki oh wie ey wo bist du denn der das jetzt sagt ich bin bei irgendeinem großen Fabrikgebäude gerade also es sieht aus wie die äh, ja. Holerberg? Der der in Krasno ist, oder der der in... Ich bin gestorben. In Krasno. Achso, du bist nach Novo gegangen, okay. Ich bin immer noch hier, ich warte ja die ganze Zeit auf euch Leute. Okay, okay. Du, wenn du grad aufnimmst, also, es tut mir ja leid, aber ich, äh, esse grad zu Abend dann alle Zuschauer von Zack, Angels LP. Sack 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 Angels LP. Sie ist der Engel, der aus dem Sack roch. Wow. Too much. Too much. Wo ist meine Angst? Macht Sacky Sacky bei anderen Leuten. Was ist andere? Kannst du? Ahm? 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 Das war ein ironisches Ja. Ahm? Ahm, ahm, ahm. Dada da, da da. Gibt die nicht, du liegt die nicht. Dada da da da. Dada da da da. Dada da 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 da. Dada da 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 da. Dada da da da, Und die waren so wirklich so 70er Jahrestil angezogen. So die Glamrock Zeit oder was? Ja und haben halt die Lieder als Metal Version gemacht. Total cool, total viel Spaß gemacht. Und das Schlimmste an denen war noch, die konnten, die waren musikalisch richtig gut. Okay. Sehr geil. Gar net. Warte gut dem Shaki-Shaki. Wenn du dir wirklich mal angucken musst, Dragonforce kennst du bestimmt. Ja natürlich kenne ich Dragonforce. Was Dragonforce machen habe ich schon zweimal live gesehen. Hast du schon? Den Hermann? Ja. Den hatte ich gestern auch in der Zeitung. Verstehen. Machen einfach nur Spaß. Ne, er hat den... Ah, doch er hat den. Man kann auch noch einen anderen machen. So einen Seesack. Wir jagen gleich mal was. Hat jemand von euch ein Messer? Nein. Du kannst hier so einen Seesack basteln aus der Tierhaut. Aus der Tierhaut oder aus dem Tierfell? Aus dem Tierfell? Oder Tierhaut? Don't shoot at me. I'm the first worker. Ciao Xin. Nice to meet you. Can we be friends? I'm no friendly. Wer auch sehr gut live. Das ist Fear Factory. Ja, die haben wir auch gesehen. No, don't hurt me. Don't punch me. Come on. My beautiful face. Basti, es geht gar nicht um meinen Überlebensschlag. Ich werde überfeuert, du Verkugel von Männern. Du stehst doch da drauf. Verdammt. Beschwer dich doch mal nicht. Aber wie viele nicht direkt inser Written, das stimmt, wenn wir nur eine Lose. Anhal starts. Vielen Dank.